Hallo, wir sind die Kunstkammer, Galerie und Kunstschule in Nürnberg. Wir zeigen euch hier Ausstellungen, Mal- und Zeichenvideos, Fotografien und ab und zu mal eine kleine Überraschung. Also, wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ihr gleich den ganzen Kanal abonniert. Ich habe hier eine ganze Menge toller Videos in der Warteschleife und ich freue mich, wenn wir uns hier öfters sehen. Gerne auch, lasst ihr mal gerne auch einen Kommentar zurück und schreibt uns, was ihr gerne sehen möchtet und was euch interessiert. Ich bin Elisabeth Mosau, ich bin Fotografin, Musikerin und habe seit einem Jahr diese Galerie hier in Nürnberg. Momentan sind wir eben Corona-bedingt nur im Internet zu sehen, weil der Platz nicht sehr groß ist und wir dann einfach eine größere Reichweite haben, als wenn wir immer nur fünf Leute hier reinlassen können. Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß!